in einer schwierigen situa so leute eine frage geht das sound jetzt so klar oder ist es schlecht leute eine frage geht das sound jetzt so klar oder ist schlecht ja das ist ja mal der krank die geschehen oder eine frage geht das sound jetzt so klar oder ist es schlecht das ist ja mal der krank die geschehen oder ja es ist so 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 Leute, ich schreibe mal kurz einen Kumpel. Warte. Leute, das wäre ja richtig gut, wenn der Sound erst klar gehen würde. Ja, hallo, 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 hallo. Wie viel Kuh hast du, Frage? Ja, ich habe auch Angst. Ey, du hast ja auch Angst. Wie viel Kuh hast du, Frage? Ich habe nur alle Waffe. Maschallah, dieser Bauchpuder. Ja, ich habe sie aber nicht. Ah, glaube ich. Wer hat viel Ehre? Ah! Du auf jeden Fall nicht. Ich habe mehr Ehre als sie alle zusammen. Ich bin geläftet. Ich bin geläftet. Ey, was zockt ihr? Fehlt jetzt sowas, aber wir wollen nicht schwitzen. Ja, kann ich denn mitzocken. Keine Ahnung. Musst du die anderen fragen. Ich habe sie einfach mal gefragt. Ne. Bitte, ich bin eh nicht schlecht. Ihr könnt mich eh nicht zerstören. Junge, August, halt die Fresse. Hä? Stimmt, eh, Bugop 2.0. Nein, ist schon wirklich mit Scheiße. Ja, was hast du mit deinem Mikro auf einmal anders gemacht? Nein. Hä, ist das Mikro so besser oder schlechter? Wäre komischer. Ja. So, du hörst dich so, eh, ganz anders an, so wie wenn du... Sag mal, du Arschloch. Du Arschloch. Du Arschloch. Du Arschloch. Digga, wie das es dich anhört. Digga, hast du noch ein ZZ oder was, Digga? Gute Fresse. Ich glaube, ich sag mir, wie hast du mich getötet. Wie hast du mich getötet? Wie hast du mich getötet? Digga. Absolut. Hey, Digga, was für ein Schrein. Absolut. Ja, ich höre einfach nicht für diese Scheiße. Die Friend. Die Friend. Halt die Friend. Ja, die zocken im gleichen Zimmer. Leider. Die grässliche Stimme von seiner Schwester hören. Ja, aber die kann ich auch schon mal nicht. Jetzt mach mal nicht so Front an die Dreijährigen. Ich glaube, bist du Oki und die Kakerlaken. Ja, Mann. Oh, Digga. Die, die, die Basis, ja. Wer kennt sie nicht? Digga, ich hör doch schon wieder, wie du sweatest, Digga. In deinem Scheißmaß der Natur. Oh, Digga. Oh, Digga, die Kakerlaken. Hey, ist er gut? Ja, Digga. Digga, du bist Thema gehut. Das sind Oki und die Kakerlaken. Digga, Oki, ich glaube, die Kakerlaken haben zugeschlafen. Ja, Mann. Digga, Laura, ich verpisst dich. nein ich bin tot finde der so und ich nehme auch nie wieder impuls granaten mit impuls sich hoch ich will mit dem ding an weg gehen mit den dingern weg auf die gleichkeit ihn so spoilern aber ich mache es nicht ja spoilern was er das macht soja ich muss mir sowieso nur kurz mehr gehen aber nur für diese runde wenn du nächste runde ist gegen mich dann bist du weg das macht halt dein maul ich bin besser als du hast so ein jump hat geplaced ja ich weiß ich pack's immer an unserem fett hier dafür ist low fett Er sweatet 100% anders in unserem Leben. Ja, ich weiß. Genau, so er sagt. Aber es sagt dann, aber nee, ich sweat es nicht. Man hört nur jede Zeit die Taste bei ihm. Er sperrt sich aus. Halt die Fresse! Nein! Hey, wer hat einen Livestream, by the way? Okay, du streamst oder was? Ja, ich streame auf YouTube gerade, aber ich habe einen Zuschauer, weil ich seit gestern streame, lol. Alle disabonnieren? Was? Disabonnieren? Sei deabonnierender, Junge. Disabonnieren? Ich hab 18 Jahre. Wer geht jetzt nicht? Auf jeden Fall. Junge! Geh mal weg, man darf nicht im Gressen ausweiten! Ah, ja, gut, wusste ich nicht. Und da habe ich nicht, äh... Ja. Was war das für einer? Junge, deine Schwester klingt 1-2-1. Ich glaube, wenn ich nur die Stimmen hören würde, ich wüsste nicht, wer redet. Ja. Halt die Klappe! Halt die Klappe! Halt die Klappe! Ich klappe, ja, gut. Ich klappe, ja, gut. Es ist doch geil, wenn deine Schwester unge und Freund hat. Ich klappe, ja, gut. Junge, da würde ich lieber, dass Pit ihr Freund ist. Mach das scheiße, Digga. Digga, ich hasse Pit. Was mach ich so, Junge? Digga, Pitburger. Burger. Burger. Digga, wie... Ich hess halt sowas Ladas von Pitburger, Junge. Oh, Masala. Pitburger, bitte. Ja, Alter. Da, 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 da. Aber da ist so ein Oki und die Kaka lade bei uns drinne. Und der sagt so, der will dich klären. Oki und die Kaka lade. Digga, was ist denn mit euch? Okay, dann, äh, Digga, du sollst Insta sagen. Oki. Digga, halt's wohl jetzt. Was ist denn der Schwule? Was? Ja, er sagt grad nicht. Oder hast du überhaupt Insta? Ja. Ja, ich hab ins da jetzt schon mal gehört. Wo sie konzentrieren. Ja, du sollst kurz gehen. Ich kann nicht mal so schnell sagen. Arme na! Arme na, hab's genommen. Du musst dir einmal leisten, wie er lautet, Digga. Der hat dir in 200 Tage gegeben. Das hab's genommen. Welcher bist du von den ganzen August? Ich hab so viele Accounts von dir. Äh, was? Ich glaub, der unterstrich real unterstrich ord. Ja, das bin ich. Das ist Land. Wenn. Ja, sag mal, mein Name, 67, Hab ichs noch. Oh, Alter. Und dann, sag mal. Ich sag mal, Kasper. Hab ichs noch. H jetzt los b unterstrich b unterstrich b unterstrich obi unterstrich was für hg unterstrich oder warte ich sag ganz deutlich gleich ich mache mein hätte draus auf 312 oder warte was ist denn da was ist denn da ich kann das jetzt der erkannt kein englisch ich sag sie also das auf englisch ich bin ja was team der roger durch er er e a a l real die zock und scheiße geh weg ja die gehört nicht zu aber nein du Arschloch ja ich gewinn jetzt nur also soll haha du Arschloch Juni nee Digga wir machen das später hat er doch gerade schon Juni kann deine Schwester englisch dann versteht ihr das okay sag jetzt ganz deutlich zählt was ist denn mit euch okay sag jetzt ganz deutlich zählt was ist denn mit euch roti mit y und ihr seid so lost ne das ist so krass vor allem das ist einfach dein instra-namen und nicht mal meiner ja ist halt wirklich so t unterstrich dinge was für t jungen das rastelt so keine ahnung was ist ey ich schreck dir ist halt so der soll es einfach fang und gib dann nicht mal mal ein ja wollte man sich ist ihr nur mal nein will ich nicht schlafen ja erklärt ok wie heißt also was kannst du eigentlich die klappe für so gefähig wie du also sagen also sag jetzt viv viv wartet lass mich mal kurz das ist 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 wiv j ein und bn 07 ja habe ich schon hast du denn jetzt 07 07 07 07 07 07 07 07 08 07 Ich will jetzt kein Instagram von deiner Schwester. Er hat die ganze Zeit gesagt, er will das eigentlich gar nicht. Und mir kapiert das halt einfach nicht. August, du willst das. Alles klar, ja dann schick. Soll ich dir schicken? Ja. Hey! Wie geht das überhaupt? Ich glaub so. Nein, scheiß drauf, du buchstablierst. Joel, pack doch was anderes! Ich hab die geschickt. Ja, jub mich jetzt nicht. Junge, jetzt guck dir an, heidi yallah. Nein, Junge, buchstablierst doch einfach meinen Namen. Das ist daran so schwer. Hey! Jetzt hab ich dir doch den Drecks Dings geschickt. Jetzt guck dir das an. Ich krieg ihn einfach mal. Ne, mach ich nicht. Ja, okay, ich guck. Ja, okay, okay. Ja, okay, ich folg der jetzt. Okay, auf mich. Ich hab gedacht, du bist grad daneben gesprungen. Okay, ich hab der jetzt gefolgt. Nein, komm's denn. Das ist die IT von 6. Digga, ihr müsst mal meinen Livestream gucken. Ihr müsst mal meinen Livestream gucken jetzt. Niemand möchte gucken. Oh, Alter, jetzt wollen wir mir nicht die Ehre genommen hier. Ja, normal, Digga, ich bin der. Duell und laurin fighten. Das ist so lange, denn ich krieg nen Anfall. Ja, pfff. Laurin hat mir grad einfach ein 200er gedrückt. Das war nicht so lecker. Ja, mir auch, glaub ich. Ey! Ich hab's verkackt, das. Digga, ich schwitze jetzt gleich mal so richtig rein. Digga, ich krieg so ne scheiß Szenen-Szündung an meiner Hand. Weil ich... Weil ich... Ich hab keine Mets mehr. Ja, da macht er den Loser-Dance. Das war aus Versehen, ich wollte eigentlich einen anderen Tanz machen. Ja! Ich hab' jetzt gefühlt, ne halbes Jahr wieder auf dieser scheiß Maus und Tastatur gezockt, jetzt bin ich halt anders. Du warst, du warst, du warst, du warst, du warst vorgestern oder vor vorgestern noch auf deiner scheiß Playz online. Was willst du eigentlich? Halt mal deinen Maul. Nein! Digga, richtig am Ragen. Was willst du eigentlich? Halt mal deinen Maul, Junge, du warst noch auf Playz online. Du Arschloch! Nein! Ich bin tot. Der Kasper, wie alt bist du? Ich? Der soll nicht. Ich bin so alt wie August mit 15. Ich werde jetzt 16. Schön, Digga, der wird 16. Ja, ich werde auch 16. Ich glaub, meine Schwester ist 12, wie er eklig mir. Hä? Was für... Die wollte das jetzt sagen. Das ist halt wirklich so. Das ist echt so. Digga. Du hast sogar gesagt, ja, ich sag euch jetzt den Namen von meiner Schwester. Nee, sie hat gesagt, ich geb euch jetzt die Nummer, der zuerst. Ja. Lass mich bitte gönn auf Ehre. Jo! 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 kassi verdient ich hatte halt komplett kein leben ja ich habe ihn so tot ja ist ja wie wärst du hier ich hatte nichts zu hier los ich habe keine zeit zu gehen weil ich gepuscht auf ich mach dir doch nur noch kennst du ob das originalfische sind ja kennst du es so verdient verdient ja aber anders anders vor sie war der klaus der war nö der war nö hey julius kann man beitreten und der ist zu zweit in einer lobby johle ha ha du bist schlecht die fressen die fressen was du da tun da ist konnte ich machen 1 8 7er headshot ich schwere ich komme ja ja komm du mal zu mir nach hause ich will dich aber ich habe die ich habe mich an ich habe hier picket ich tanze okay hier ich stelle mich hierhin und du darfst hier holen das war ungewollt ich wollte nicht mal schießen er lasert mich tot zwei seiten er hat ein diegel hit er hat andere doch in die geld oh der auch ich habe mich alle drin wie ehrenlos ich gebe ihm headshot mit der diegel ja ich konnte keine ich konnte kein jump pad bauen weil da eine treppe war ja der beste sweater als hier erstmal dauer oh junge alter ah 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 corner ah iri 81 YOURNI die um Ich bin eh im Fall slow. Ich bin eh im Fall slow. Ich hab das grad... Du kriegst dich ein, Mann. Ich bin eh im Fall slow. Junge, ist so dumm, einfach. Oh, ja. Ich bin eh im Fall slow, also bitte nicht schießen. Halt die Früchte, ich hasse euch. Ja, ich auch. Ich bin eh im Fall slow. Also... Okay, das geht gar nicht. Anzeige ist raus. Oh mein Gott, ich mach was Heftiges. Ja, und wie geht das jetzt hier? Anzeige ist raus. Was ist mir hier so? Hey, nein, warte, wo ist die Waffe? Ich find die Steine Pistole nicht mehr. Ich rass gleich aus. Wo ist die? Meinst du? Ja. Ja. Liebst du dir? Seine Freundin? Ja. Dein Ernst? Hat er da einen Hit gekriegt? Oh. Hey, pack dich ab. Ah, ich bin schlecht. Was? Was machst du da, Cassie? Das ist mein zweiter Nachname. Ja, du fixst aber nicht so oft. Was? Wie kommst du jetzt Zaro? Ich fülle ab. Ich fülle ab. Ich fülle ab. Das ist so verwerf. Ich fülle ab. Ich fülle ab. Ich fülle ab. Du hast die Toilette versteckt. Komm her. Komm, lass die Toilette verstecken. Alter, wir sind kleine Camper. ja so abgeschoben bitte lefter ohne scheiße du zuhörst ist um dein leben so wie im world was ist denn hier ich habe einfach das geht gar nicht das ist gar nicht gut was ist denn mit kasten 120 120 habe ich eine schwester jetzt will ich aber auch ja genau habe ich keine muni mehr ich gebe die 160er headshot genau auch jung ich habe es gemerkt warum gewicht ihr denn kein 200er warum ich habe es gemerkt warum gewicht ihr denn kein 200er warum mein neues microsoft geil ne ja was macht ihr eigentlich da unten kann man nicht machen möchte jemand nicht mit meiner schwester keiner will was von einer schwester kann sie bitte mal so spiel lassen jetzt ist diese scheiße du armer und meine schlösser sagt dieser china-boy ich bin übel der china-boy er sagt ich habe keine gute deutsch noch nicht wir sind noch in einem haus nein auch gepusht ja 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 ich werde von beiden seiten so traurig du wurdest von der song geholt verdient ich habe ihn gleich wieder der herr lauren solo gemacht juni ich hoffe ich auch die diga wenn du noch einmal zu nützt diga dann 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 spiel ich mir mit dir das macht keinen bock mit dir so langsam ohne schade kannst du nur nicht weil du fp-vorteile und so weiter hast diga was mach ich jungen ich hab dir immer spray macht hä was laberst du mach so null bock diga wenn er nur die ganze zeit am sweat diga das war die zweite runde die ich gewonnen hab ja die anderen haben dich halt geholt weg junge ich geh doch so will ich das nur killst du das ja auch in jetzt werden wir uns beiden hören wir nicht mehr in einem haus wein noch mal kurz bitte ja und ja ja das euer ja 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 mit oder unten runterschießen dicker was macht ihr da oben dicker lauren ich hasse richtiger er kann nix alles außer mit so einer scheiß apropos du bist voll scheiße auf jeden fall deswegen kann es auch die ganze zeit auf aus dass er so gut ist nein lauren hallo das ist ja so unnötig ich bin einfach besser wenn man schlecht ist leute wenn man schlecht das kann man nicht ja doch finde ich schon ja ja deswegen meine schwester karte so fünf sekunden später wenn sie aber wieder das hat keiner gesehen ich gehe bei julius rein ich möchte so und das macht bestimmt voll bock ich gucke nur kurz was der macht wenn das kind contest macht glaube ich hier er bekommt auf jeden fall wieder und sagt was der macht okay ja ich kann auch jetzt direkt sagen was der macht ich gehe jetzt kurz ins street rein aha ich hole sie erstmal selber ich gehe schon mal rein okay lauren schickst du mir gleich oder warte kurz bis wir da und sind auch schick uns ich bin gruppenabführer geworden ich bin gruppenabführer geworden hier 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 ich hab hier wieder auf mich geht lasst mich ich kann wie wir sonst wir sollten nach flasch würdest du jetzt an die ja warte kannst du mich an einladen kassi ich habe sie aussehen befördert ja wer geht mit schuhen da rein ja tschüss ne bis gleich ja 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 man anders was wertig doppelt so hier wenn ich jetzt ich habe das hätte von meinem bruder und wenn ich jetzt dann hört ihr euch wieder doppeln dass der kacke dann nicht da ist ja aber wenn der das braucht dann kann ich nicht einfach sagen wie ich behalte nicht doch mach so würde ich verschenken können dann würde ich einen freund von mir den rück hat der rück paddler kaufen wegen sein lieblings egal denn deutsch heute sein verlaufen ja sorry nicht gute deutsch heute meine deutsch mülleimer gefallen was würdest du ihm schicken schenken 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 diesen blick paddler paddler junge schenken und den der 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 den der was ist die schwerste sprache ist das jetzt die custom games oder was kasper was denkst du was die schwerste